Guten Tag, Freunde. Willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Hier ist wieder der Baron. Wir haben so viele Sachen hier, die müssen wir alle jetzt verkaufen. Und mal wieder ist es so, wenn ich auf dieses Feld gehe, dass ich keinen Platz im Inventar habe. Das habe ich nie. Aber wir müssen langsam mal gucken, dass wir Kohl, Karotten und Rüben so nutzen, dass dieser komische Händler auch mal glücklich ist. Das muss auch nochmal passieren. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht übermorgen, sondern einfach irgendwann. Ich bin übrigens froh, dass diese ganzen Sachen, die hier auf dem Boden liegen, nicht nach drei Sekunden schon wieder weg sind. So wie bei anderen Spielen. Was ist da passiert? Okay. Einmal hier aufsammeln. Dann gleich das nächste. Karottenplatz ist erschöpft. Ich würde ja fast sagen, ich lagere mal das eben zwischen. Aber das bedeutet nur, dass ich wieder den Überblick verliere und alle dann wieder heulen. Normalerweise ist das so. Ich spreche aus Erfahrung. So. Ach, Mann. Dieses Inventar ist einfach ein Kindergeburtstag. Damit bin ich überhaupt nicht zufrieden. Hier ist wieder Hanf. Weißt du was? Ich pflanze einfach ein. Ohne Rücksicht auf Verluste. Einfach. Ich habe ja sowieso keine, kein Düngemittel mehr. Wenn er sich mal merken würde, was ich zuletzt ausgewählt habe. Das wäre schön. Dann hätte ich jetzt ein echt einfaches Leben. Da haben wir noch vier Hanfsamen. Die können wir noch verwenden. Ja, ansonsten sind wir hier fertig. Nee. Hier. Und einmal bitte kompostieren. Da können wir noch einen zweiten bauen demnächst. Stimmt, stimmt, stimmt. I'm shiny. Wie wäre es, wenn wir davon nur vier, nur zweimal das in Auftrag geben. Das wäre gut. Dann müssen wir uns nicht drüber Gedanken machen. Dass wir uns überarbeiten. Und nicht, dass wir zu viele davon haben. Oder zu wenig. Oder was auch immer. Schaufel reparieren wir auch. Endlich sind wir wieder mobil. So, ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel mir gerade sagt, ich hätte keinen Schleifstein mehr. Aber das ist Unsinn. Denn ich weiß genau, dass er da direkt neben mir liegt. Oh, 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 oh. Das logistische System hier wird immer komplizierter, Freunde. Das heißt, wir müssen mehr auf unsere Ressourcen Acht geben. Und alle sind sie weg. Alle weg. Jeder einzelne Moment, den wir hier mit unseren Eisenwaren haben, ist ein wertvoller Moment. Okay, das ist schon mal gut. Lassen wir mal ein bisschen Glaube hier. Okay. Das Glaszeug lassen wir auch mal hier. Anleitung für den Schlüssel. Ich hole jetzt den Schlüssel aus der Kiste. So. Dann können wir mal gucken, wie das hier geht. In welcher Kiste hatte ich den gelassen? Hier. Direkt am Bettchen. Nein. Oh. Ich habe keine Ahnung mehr, wo der Schlüssel war. Ha, ha, ha. Mist. Na gut. Irgendwo wird er wohl sein. Das verliert sich ja nicht. Ich habe den ja nicht durchgebrochen gegessen oder was auch immer damit gemacht. Der gehört mir noch. Ein Haus verliert nichts. Da ist er. Okay. Dann analysieren wir den mal. Und wenn wir das denn dürfen? Wenn wir dafür nicht irgendwie Weihrauch und irgendwelche Ogerfett brauchen. Ausgelassen. Schmalz, schmalz, schmalz. Tja. Das weiß man nicht. Okay. Wir brauchen zweimal Glaube dafür. Wir haben nur noch einmal Glaube. Das heißt, wir müssen jetzt noch eine Woche warten. Dann haben wir es. Ich würde den Schlüssel und die Geschichte gerne als Mahnmal so mitnehmen. Damit ich genau weiß, ich wollte damit noch was herstellen. Ist vielleicht keine so schlechte Idee. Schluck auf. Und das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht... Das mit Schluck auf. Schluck auf ist sowieso doof. Immer. Zwei Stöcker brauche ich für den Hof. Ja. Und hier pflanzen wir mal irgendwas ein. Wovon wir noch die Ressourcen haben. Nö, haben wir nie. Ach. Am liebsten würde ich eine Woche lang auf der faulen Haut liegen hier. Weißt du das? Einfach sagen, pass auf. Wer gönnt mir denn was? Und dann sagen, ja. Ich habe schon so viel getan für uns und für euch alle. Da kann man auch mal einfach jetzt sagen, nix ist Hanf sieben. Einfach ein bisschen auslassen und dann schön Long Paper mit 20 Euro auf dem Spielplatz und ab geht's. Äh. Hm. Jetzt haben wir einen Platz mehr im Inventar, weil ich so viel gefressen habe. Darauf wollte ich auch hinaus. Verwisserte kegelförmige Gefäße. Das ist alles müß. Wie kriegen wir denn mal so... Ich würde das ja alles gerne machen, aber ich kann's nicht. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Hm. Einfach ist was anderes. Es ist ein Grund für Verwirrung, aber wir kriegen's ja schon irgendwie hin. Wir machen den Rest eben noch weiter. Ich bin jetzt mal auf dem Weg in unser Ferien-Resort der Arbeit und da können wir mal ein bisschen uns umschauen. Da haben wir eine Menge an Sachen, die wir tun können. Außerdem liegt da noch eine eklatante Anzahl an Eisen rum. Haben wir nicht auch noch Steine da oder was auch immer? Also der Besuch, der lohnt sich auf jeden Fall. Hi. Ich sag's doch. Hier geht's ab. Ach, das wollte ich ja abreißen. Juhu. Wie? Warum macht er das jetzt nicht? Ah, danke. Geht nicht. Ich wollte ja hier einen größeren Ofen hinbauen, ne? Aber Hallo? Ist das irgendwann auch mal fertig hier? So. Ich hätte schon gedacht, das wäre ein Bug oder sowas. Nein, wir wollen hier einen Ofen 2 hinpacken. Benz. Der ist besser. Schwupoki geprüft ist er. Das heißt, hier geht's ab. Der kann alles. Für den brauchen wir aber auch noch ein bisschen Brennmaterial. und Grafit. Ey, meine Fresse. Was ist hiermit? Marmor. So. Na gut. Das legen wir alles mal auf unseren Steinhaufen und freuen uns. Aber zielführend ist das ja jetzt nun mal nicht. Hm. Ich gehe jetzt einfach noch ein bisschen Kohle abbauen. Ich gucke mal, wie wir das machen. Grafit Graveyard Keeper. So. Ich bin schon soweit. Jetzt einfach Graveyard Keeper Switch wird niemals passieren. Wenn dann nächstes Jahr im Sommer. Das bedeutet dann irgendwie Ende November. Ich finde, man muss wirklich Nintendo einfach mal einen Kalender schenken. So. Ich... Das ist auch nicht mehr witzig. Das ist irgendwann auch nicht mehr witzig. Ah. Ah. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Dafür brauche ich Wieso kriege ich noch Minus hier? Warum... Warum ziehen sie mir immer ab? Das ist nicht fair. Nicht immer nur ziehen, sondern einfach auch mal laufen lassen. Das wäre nett. Dankeschön. So. Tag for Precious Ore. Precious. Wo ist das denn? Wiggeln des Brennens. Perk Feuerwehrmann. Das ist Unsinn. Äh. Landwirtschaft und Natur. Das ist doch auch nicht richtig. Ich finde das noch irgendwann. Ja, das... Ach, wertvolle Materialien. Da. Ich habe hier lange nicht mehr geguckt. Hier ist es. Herstellen. Grafit. Ach, guck mal. Gefunden. Yes. So. Jetzt ist der Ofen natürlich besetzt. Ja. Ey, vom Regen in der Traufe, ne? Aber es ist nicht so schlimm. Wie alle sagen würden. Ofen 2. Was brauchen wir denn dafür? Zweimal Schweinelederhaut habe ich nicht. Wuhu. Aber. Aber. Es ist machbar. Kann ich nicht hier nicht nur die Steine auseinanderreißen, sondern auch das hier? Dann nehme ich das einfach mal mit. Zweimal. Kohle brauche ich auch dafür. Und los geht's. Grafit ist doch aus Kohle, oder nicht? Habe ich noch Kohle mit? Silbernugget. Das klingt alles so wichtig. Hey. 15 mal Eisen und eine Schubkarre voll Pommes frites. Da haben wir noch Kohle. Das bringe ich jetzt alles mit nach Hause. Und dann geht's ab. Einfach nicht richtig gelesen. Okay. Ich hab's gemacht. Das ist schön. Ich freue mich schon wieder auf diese entsetzten Gesichter von allen von euch, die das schon wissen. Und diese Gesichter sind nämlich immer da. Und ich sehe sie immer, wenn ich einschlafe. Kann man den kaputt machen? Nein! Okay. So. Wir haben hier drei Kohle. Die lass ich da einfach liegen. Ein paar defekte Chunks in diesem Spiel können ja jetzt nicht unbedingt gefährlich werden. Na gut. 13 Minuten in der Folge. Wir müssen noch einige Sachen tun. Diese Zeit ist auch immer so schnell um. Zumindest für mich. Ich hab hier meinen Spaß. Ich spiele so ein bisschen und zack. Boom, bonjour. Jetzt sind wir wieder bei 22 Minuten. Ach ja. Dieses Privatleben möchte ich auch mal haben. Diese Freude. Dieser Mut. Diese Kraft. Nie abgeschlafft. Pepper Ellen. Pepper Ellen. Na gut. Dann wollen wir mal jetzt hier loslegen. Wie sieht's denn aus? Graphit. Und zwar bis der Puma furzt. Wir machen jetzt erstmal ein paar mehr hier los. Und hier auch noch zwei. Zack. Drei Stück. Und hier auch bis morgen früh. Dann muss das fertig sein. Bam. Oh yes. Oh yes. Dann können wir morgen schön Larry machen. Können wir morgen schön neue Werkzeuge craften. Und was wir mit den alten machen weiß ich noch nicht. Wir gehen erstmal ins Bett. Und dann haben wir morgen hier Zeit Sachen zu bauen. Und jetzt frage ich mich reicht das was wir hier haben um einen Fuß zu setzen in die schönen Dinge der Welt. Guck mal hier Edelsteine. Bauen und Handwerk da habe ich einfach so lange nicht mehr geguckt. Perk Maurer Zimmermann. Du kannst mit Holz umgehen. Kreissägen sind effektiver und du bist so effizient dass du ein zusätzliches Stück Stein aus einem großen Felsen hauen kannst. Holzkonstruktion. Werkbank für Holz zwei. Geschnitztes Holz. Oh mein Gott. Das sind ja so coole Sachen hier. Keramikzeug. Ich nehme erstmal das Beschissenste. Dann haben wir es schon mal. Dann müssen wir es später nicht noch kaufen. Das ist so meine Logik. Uiuiui. Okay. Diese Keramikschüssel interessieren mich auch gar nicht. Ja. Ich habe das ja noch nicht gelernt hier. Stahlwerkzeuge. So. Jetzt geht's. Da bin ich ja mal gespannt. Wird ich da noch alles verbrauchen. Stahlwerkzeuge. Amboss 2 brauche ich dafür. Einen Stahlbarren. Nutzen wir mal das hier. Zwei Eisenbarren. Habe ich keine Eisenbarren mehr? Hm. Ist aber easy möglich. Ja okay. Ja okay. Er reißt jetzt erstmal den normalen Eisenbarren hier hin. Na dann. Es ist so viel Arbeit. Und es ist so wenig Geld was dabei herumkommt. Doch es kommt sogar eine Menge Geld rum. Sehr viel Geld. Übrigens neulich bei Rocket Beans wieder ein schöner Post. Freut sich auch aufs Royal Beef Ilyas. Ich verstehe das hier überhaupt nicht mit Ilyas. Weißt du das? Das kann ich einfach überhaupt nicht einschätzen. Was hat Ilyas mit dem Beef zu tun? Ist er derjenige der das einspricht? Das ist das einzige was mir noch einfallen könnte. Weil naja anders keine Ahnung. Es war ja mal irgendwann ein Chat-Duell Royal Beef gegen Beef Junior und da war Ilyas irgendwie auch dabei und das war ganz komisch. Jeder hat sich so gefragt was passiert denn gerade? Hä? Wieso ist das gerade so wie es ist? Und dann alle so ja das hat alles so seine Daseinsberechtigung. Ich kann sie ja zwar jetzt gerade nicht so wirklich formulieren aber ja irgendwie wird das schon laufen. Ach ja. Können wir eigentlich irgendwo Geld ausgeben dass wir hier alles mit Steinpflastern auch sowas hier dass es nicht so blöde Erdwege sind die sowieso niemand geben möchte sondern schöne richtige Steinwege das fände ich gut so wie ich diesen einen Reiter hier bei den Talenten wirklich geflissend nicht ignoriert habe die ganze Zeit über ist mir schon ein bisschen peinlich ja aber so schlimm ist es dann doch nicht wenn wir sagen Stein heißt das auch dass wir einen Erzbrocken mehr raushauen können das ist ja natürlich klasse also echt klasse na jetzt ich bin einfach der Freuden stolz taumelt schlechthin nur weil wir die beiden ähm ja neuen Ressourcen abbauen können das bedeutet dass wir bald neue Werkzeuge haben und das macht mich einfach glücklich es muss hier nur alles fertig werden und das wird heute nicht mehr passieren bis zum nächsten Mal